Moin Kinas, der Reuter hier und der Papa hat sich was Neues geleistet, nämlich Schuhe von Razer. Ultracool. Bin mal gespannt was die Digger können, die packen wir jetzt schnell gemeinsam aus. Doll verpackt, da kann man überhaupt nichts sagen, auch die persönliche Widmung ist ein ganz nettes Gimmick, aber jetzt schauen wir uns mal die Schuhe im Detail an. Als Materialien verwendet Kariuma zertifizierte organische Baumwolle, natürlichen Gummi und recycelten Plastik. Dieser flache Sneaker trägt das Razer-Maskottchen Snacky Snack und mir gefällt dieses schwarze Design mit den grünen Razer-Akzenten wirklich sehr sehr gut. Die Einlegesohle muss ich zum Glück nicht essen, denn die ist zu 100% vegan. Zweites Paar Schnürsenkel auch am Start finde ich gut, aber jetzt wird es Zeit für einen ersten G-Test. Ja, die passen, fühlen sich bequem an, ich kann es kaum erwarten, die bei schönem Wetter mal einzulaufen. Also machte die Hot und schwenkte Hot.